Hallo und herzlich willkommen zu Outlast Trials. Ah, Lizenz. Gesundheit, Gesundheit. Oh, wir haben einen Finger. Ja, okay, ja, okay, okay. Knowledge, la, la, okay. Ja, ja, okay. Ich habe alles gelesen. Ich akzeptiere. Es ist noch auf Englisch. Bricks can be thrown multiple times before they break. Wir können Steine schmeißen mehrmals, bevor es kaputt geht. Der Stein. Das. Oh, lol, das sieht aus wie bei der morphogenetischen Antriebsaktivität hier. Der Ladescreen. Lol. Oh, Börkow. Oh, ich bin so gespannt. Das wird so furchtbar. Oh Gott, das wird so furchtbar. Von ich weiß doch gar nicht, ob das jetzt einfach mitten im Game ist. Ob da irgendwie auch Story-mäßig was gibt. Weil wie gesagt, es hieß ja, man kann es auch einzeln spielen. Deswegen bin ich da jetzt mal sehr gespannt. Es lädt schon verdammt lange, ne? Ist das kein Menü oder so? Also kein, kein, äh... Wenn ich da noch ein bisschen länger drauf gucke, dann werde ich auch zum, zum Zombie, wie bei, äh, Mount Massive, dann, oh. Oh, Intro. Oh, na, Alter. Oh, na, Alter. Oh, na, Alter. Wir wollen dich! Are you lost? Lonely? Poor? Confused? Please! 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 Why? 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 What? I'm not supposed to be here! Shut up! Of course you deserve to be here! You make your choices! I won't care. You deserve what you get. Pfing. I won't care. I won't care! He won't care... Hmm? � Er passe mal an. Unfleisch. 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 Sie sind sicherlich. Ich möchte Sie wissen, dass Sie sicher sind. Mein Name ist Dr. Hendrik-Juliet Easterman, und ich bin Ihr Freund. Ich will Sie, um Sie zu helfen. Ich will Sie, um Sie zu gehen. Ich will Sie, um Sie zu den Enden zu gehen. Sie werden Sie eine ganz neue Siege geboren. Wir werden alle zusammenarbeiten. Was ist das, Rat, dann? Das ist alles, Herr. Es sind alle die Beziehungen aus Ihrer Person. Ich bin sehr sicher. Sind wir ein Testobjekt? Nein, will ich nicht, nein! Nein, will ich nicht, Azushi, ich hab nicht zugestimmt. Nein, will ich nie wieder sein. Ich will nur, dass ich in Ihren Augen liebe bin. Alter, das geht ja schon gut los Alter Alter, holy Uff Also Wer ist es, du denkst, du bist? Oh, wir können Charakter aussuchen Ach du Heil... Oh, guck mal, die chillt voll ihr Leben Okay, okay, das ist alles weiblich Können wir auch auswählen Bodytyp, nee, warte mal, wem wird denn männlich Können wir auch männlich spielen Reflex 0, okay, wir haben 0 Geld Okay, man kann auch Geld verdienen, ach krass Head Haircut Voice Was ist Bodytyp? Achso, hier männlich, okay Hm, wie nehmen wir denn mal? Oh, ja Hm Ich find, ich find's sehr Krass, so ein bisschen so Oh, guck mal, hier voll Jugendlich-Typ So, Grad 18 geworden Ich find's krass mit dem Charakter aus Wir mal gucken, was da so noch passiert Ich find, äh Ich demjenige Er hat so ein Leben gelebt So, was hat man denn sonst noch? Haircut Ja, da könnte ich uns sehen Ja, weiß noch nicht Macht das ein Untertitel, sehen wir unseren Charakter überhaupt? Huch Ein Helm Eine Papiertüte, das ist ganz toll Erstmal fürs Outlast-Universum, dass man hier einen Charakter auswählt, ne? Ja Also, ganz ehrlich Da seh ich uns Da seh ich uns Definitiv So, Haarfarbe würde ich sagen, so Das ist, äh, ja Da seh ich uns Voice Hi What's up? Hello Howdy Ne, hier How's it going? Hi Hi Hi, moin So, okay Ähm So, wir haben alles Was machen wir als nächstes? Next Okay Was? You can change your appearance anytime in your cell We also customise Okay, krass Wake up Okay, wir müssen aufwachen Wir sind alle flexi Wir sind alle flexi Hi, Sleppard, grüß dich Ist das der aus zurück in die Zukunft? Ja, stimmt Wie heißt er noch? Ach, äh, ja So, wir wachen mal auf Oh, oh Gott Oh, ich hab voll die Outlast-Vibes gerade, ne Ich bin so gespannt Ja, damit nochmal herzlich willkommen zu Outlast Trials Beta, ne Und, ja Oh mein Gott Wie lange haben wir drauf gewartet? Holy shit, wie das aussieht Uff Oh nein Ist es wieder Fenster? Hallo, ich konnte was machen, oder? Nein, konnte ich nicht Consumery Okay, Batterie haben wir Okay, krass Das ist Oh, Alter Die Nachtsicht Okay, die Nachtsicht ist heftig Ach, du Scheiße Mein Tag war super Bis jetzt gerade vor zwei Minuten War der doch toll Jetzt gerade läuft es gerade nicht so toll Muss ich sagen Sleppert Aber schön, dass du da bist Wie war denn dein Tag? Was bedeutet denn immer dieses Symbol da auf der Maus? Okay, ist wahrscheinlich Tutorial, ne? Oh nein Ist auch das erste Mal, dass ich Outlast tatsächlich nicht auf der Konsole spiele Sondern auf dem PC Sonst habe ich ja Outlast 1, 2 und so auf links gespielt Auf Konsole Warte mal Leuchtet hier was? Nein Hier kann ich auch rüber Ich kann mehrere Wege gehen, oder was? Game Hits VR Hallöchen, ich grüße dich Na? Das ist der neue Teil Outlast Wir haben gerade angefangen Wir sind quasi gerade ein Testobjekt Habe ich das Gefühl Man kann einen Charakter aussuchen Und dann startet man hier Und jetzt ist hier so ein bisschen Tutorial Und, äh, oh Gott Wir haben damals mit Outlast angefangen Hier im Stream Schon ewig her Kann ich das untersuchen? Nein Oh Gott Ich, äh, ja Freunde Das wird, das wird ganz toll Habe ich so im Gefühl Das, äh, ja Schön, dass dein Tag super war Ach du Heiliger Wie war jetzt nochmal Nachtsicht? Ich hab jetzt schon wieder vergessen Wie Nachtsicht war F Ah, F Okay Gut Oh Gott Wird das furchtbar Aber wieso wachen wir denn jetzt hier so mittendrin auf? Ist das, ist das jetzt schon so ein bisschen so, so Game-mäßig? Dass man hier in so einem Also man soll es ja, wie gesagt Wie ich schon sagte Angeblich hieß es ja damals Man kann es alleine spielen Als auch im Multiplayer Oh nein Ich glaube ich war Sind wir da, wo ich denke? Es, ich, ich hab erst gedacht Wir sind tatsächlich mit dem Mount Massive Aber es kann ja sein Ich weiß es ja nicht, ne Es kann ja sein, dass wir Dass wir da sind Es ist natürlich wieder Merkhov Natürlich Gibt's die Demo nur für PC? Ja, aktuell gibt's die Beta nur für PC Ist halt eine Beta Da kann man sich anmelden auf Steam Und dann kann man spielen Wenn man eingeladen wird Das sieht alles ganz toll aus Sehr einladend vor allen Dingen Äh, was? Tach Grüß dich Das ist nur ne Puppe, ne? Alter, die Stimmung, ne? Die Stimmung ist jetzt schon großartig Wann kommt das Spiel raus? Äh, ich meine Dies Jahr noch Bin mir aber nicht ganz sicher Ich meine dies Jahr Bin mir aber nicht sicher Macht jetzt schon Spaß Ja, danke Willkommen zurück Willkommen hier Was? Ich hoffe es ist so, wie du erinnerst So kannst du es Und sich in der Vergangenheit Wir werden auch von den Konsolen Was? Wir werden bestimmt auch Eine Beta von den Konsolen kommen Weiß ich noch nicht Vielleicht Vielleicht auch nicht Ist das ne gute Idee Was ich hier mache? Mich so umgucken? Was ist das denn? Pick up Was ist das? Small battery Press hand to recharge the night vision Achso Ach, da stecken wir in die Brust rein Okay Oh Gott Erinnert mich auch gerade Ein bisschen an Saw, ne? Dass man so ein bisschen So das alte Saw spielt Von der Playstation 3 Das wird glaube ich So eine Mischung sein Oh, ich hoffe man findet Hier auch ein bisschen Story mäßig was raus So mit den Hebel ziehen So mit den Hebel ziehen Ähm Was? Da ist einer hinter, oder? Was ist denn jetzt passiert? Das Baby hat aufgehört zu schreien Das ist das nicht der Typ Aus dem ersten Teil am Ende? Kann ich die auch langsam öffnen? Das sieht alles nicht so toll aus hier Wenn ich das mal so sagen darf Wo ist die Puppe denn hin? Da hinten Okay, Schränke kann ich nicht öffnen Liegt hier noch was Was ich mitnehmen kann? Alter, ich könnte doch einfach Eine Vase mitnehmen Als Waffe schon mal Die Animal Instincte Die wir haben in uns Die sollen wir vergessen Das, äh, ja Sehr schön Ich glaube wir müssen den Hebel ziehen, ne? Das ist nicht gut Das ist gar nicht gut Das ist VR Support Oh, Alter Wenn das in VR kommt, ne? Auf der Playstation 2 VR VR 2 Dann kündige ich Oh, Hide Oh, nein Peak? Oh, man kann rauspeaken Das ist aber auch neu, oder? Oh, nein Okay, so Okay, kann ich das Warte mal Ich muss mal eben in die Einstellung gehen, ja? Ich muss mal eben kurz in die Game Option gehen Bin sofort bei euch Ähm Äh, Run Tuggle Ja, ich würde aber auch das Ducken Geht das Duckeln auch umzustellen? Ah, Binding Mist, es geht nicht, ne? Ah, okay Ja, 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 ja Medium, 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 Medium Low, Medium, High Apply Change So, High möchte ich gerne Äh, Master Volume Ist es zu laut? Oder ist es okay? Eine Lautstärke Wann würde ich das so lassen? Wenn es okay ist? Ich will aber nicht Schade, man muss echt Gedrückt halten, ne? Um sich zu ducken Alles gut, ist gut so Okay Okay Okay, wir können Batterien aus Überlebenden Oder, oder Toten Nachladen brauchen wir ja nicht, ne? Alter, ich kündige Alter, ich kündige Scheiße, ich bin jetzt schon in die Hose Was? Auf was habe ich mich da eigentlich eingelassen? Die Outlast-Serie immer zu spielen Warum habe ich nur damit angefangen? Was ist mit dem sein Gesicht passiert? Oh, Alter Okay, learn Gott Natürlich Es ist wieder So wie beim zweiten Teil Es passiert aber nichts, ne? Aktuell noch Es ist Holy shit Wie das aber auch aussieht, ne? You can Brash The room is not in doorways Ach so, okay Hallo Guten Tag Ich grüße Sie Brash Alter Mach dich so'n Scheiß Ich habe gerade erst angefangen Ich würde damit wenden, dass gleich irgendwas mit Rennen kommt Weil wir das noch gar nicht hatten Hallo Freunde Ähm Oh, au Alter, wir haben gar keine Bist du denn des Wahnsinns Alter Das Gott, ich war völlig lost Das kannst du nicht bringen Gott, mein Herz Alter Alter Hör auf, Norman Mann Ich kann den Hebel nicht ziehen Ich Was muss ich tun? Ich Ich muss die Abklingzeit Oh, das ist sehr schön Ich muss die Abklingzeit Der Sound ist ein bisschen erhöhen Oh, das erinnert mich an die alten Outlast-Song Die war ja halbnackt Ja, sag bloß Ach, hör auf Das Alter Ja, I need Medizin Medizin So, wie nutze ich das? Mit der 1 Oh, ist mein Daufen, Alter So, jetzt geht's mir schon viel besser Oh, müssen wir denn jetzt hin Müssen wir wieder zurück Oh, die können Türen auch Wir können Türen auf und zu machen, ne? Wer war das? Alter Ihr seid doch fertig Ich muss raus hier Ah, hallo Lady Das war sehr schön, die Erfahrung Ich mach mal die Tür zu Das war ganz toll Darf ich jetzt wieder gehen? Ich würd gern da lang gehen Wenn das möglich wäre Wieso muss ich Wieso hab ich nur diese Einladung angenommen? Was? Wer singt denn da? Ich bin mutig, dass ich die Tür einfach aufreiß, ne? Anstatt sie langsam aufzumachen Oh nein, wir können uns verstecken Da ist ein Theater Oh, ein Klo Ein Ort der Sicherheit in Horrorspielen Ich weiß es Ja Gib mir bitte Das ist doch allerliebstes Bild Das brauche ich unbedingt für mein Schlafzimmer Das ist ganz toll Oh, hier war aber auch schon einer lange nicht mehr gewesen Ich will da nicht rein Wer ist das? Tag Ich, äh Was? Ich möchte nicht Ich möchte Ich will das Spiel haben Ich auch Nein, ich nehm den Apfel nicht Nein Ich möchte das nicht nehmen Nein Ich möchte durch diese Tür gehen Ich möchte durch diese Tür gehen Ich möchte durch diese Tür gehen Ich möchte durch die Tür auflassen Ichować Ich möchte auch noch mal wissen Ich möchte mich nicht mehr Nein Ich möchte mich mehr Wenn ich mir die Hand Warum ist es immer die Hand Bei Aufglas? Warum ist es immer die Hand? Erst der Finger Alter Ich bin Es ist immer der Alter Ich bin nicht mehr. Nein, es ist so dunkel. Und was war das für eine hässliche Alte? Ich will... Diese Affen, ne? Oh, Leben. Sehr schön. Tut mir leid, Bro. Ich muss erst mal was trinken. Auf dich trinke ich erst mal was. Ah. Was? Ich höre ein Gosseling. Softly ein Gosseling. Schatzi hat sie jetzt heute gerade durchgespielt, das DLC. Sleppert. Ich mag das. Du musst weitermachen. Ja, ich will aber nicht. Oh. Pick up. Noch ne Batterie. Können wir aufladen. Ich lad mal eben auf. Some doors can be locked and unlocked. Locks can be... Okay. Wie kann ich denn locken? Wie lock ich denn... Wie mach ich das denn? Ach, unlock. Okay. Okay. Ah, okay. Das muss ich erst mal behalten. Uh, das muss ich erst mal behalten. Alter. Puh. Alter, wie riesig das einfach ist hier, ne? Woher gehen sie hin? Daddy! Was? Daddy? Daddy ist nicht... Daddy ist nicht hier. Oh, das ist sehr schön. Hey, hier ist noch jemand. Ah! Ich will nicht mehr. Das ist so gut. So gut, dass es... Ah, okay. Die haben aber auch Schiss vor uns. So gut, dass das auch schon wieder furchtbar ist. War das richtig, wo ich langlaufe? Oh, hier sind Fahrtstuhl. Was? If you're quiet in the dark, any sort don't find you. Äh, was? Oh, nein. Ich muss mal eben noch mal was umstellen. Warte mal. Bevor wir jetzt loslegen. Äh, toggle run. On. Apply change. Äh! Alter, das Spiel läuft weiter. Es gibt keine Pause. Ach ja, ist ja Multiplayer, ne? Hat man gesagt. Kann ich Türen zu machen? Lass mich! Oh, Alter. Ich lad mal die Batterie nach. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Das wird so furchtbar. Oh, ich nehm mal mit. Alter. Oh, 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 oh. Was ist das? Was ist das denn? Was? Alter, das erinnert mich gerade ein bisschen am Trailer von Kalisto-Protokoll. Das ist ja auch allerliebst, das Bild. Schatz, das würde ich gerne haben für Schlafzimmer. Ja, das ist alles ganz toll hier. Es ist sehr einladend. Bitte warte. Schau an das Baby. Schau, was passiert, wenn Baby hört auf die Vögel auf der Radio und nicht auf Mutter hört. Alter, der Charakter ist so gut. Du siehst, was passiert, wenn Kinder versuchen, zu kacke, bevor ihre Zeit zu cremieren. Aus Hacke-Peter wird kacke später. Alter, diese Bohrmaschine in ihrer Handpuppe ist ja furchtbar. Bitte warten. Es ist gleich vorbei. Destroy your public records. Was? Was, 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 was? Kann ich da auch jemanden reinschmeißen? Was für public records? Was? Was, was, was? Your public records? Was, was? Wo, wo, wo? Was? Was, 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 was für public records? Ach, da habe ich jetzt einen Marker. Ach, krass. Wir müssen aufpassen, ne? Wir dürfen nicht so forsch rangehen. Weil die sind auch über... Oh, Alter, ich dachte schon. Oh, wir haben aber kein, oh, wir haben aber kein Schwiegelbild. Nur eine schwebende Dings. Aha. Da ist aber noch Verbesserungsbedarf. Wir können uns immer im Bett verstecken. Das ist die, ne? Alter, ist die furchtbar. Ich frage mich auch, ob es wieder mehrere Gegner gibt. Schau mir auf, ihr fucking sorry. Nein, sei doof. Guck nicht hier rein. Nicht hier unter dem Bett gucken. Einfach weitergehen. Aber ich finde das doof, dass man sich gedrückt halten muss. Mit dem Ducken. Oh, Lebensenergie. Oh, ja. Vorsichtshalber. Try harder. Okay. Der nimmt ein sehr geiles Bart. Ach, ich dachte, das wäre jetzt im Klo unsere Dings. So, ja. Okay. Schönen guten Tag. Ich bin der Rauminspektor. Okay.